Untertitelung im Auftrag des ZDF Ich habe mich nicht vergessen, auf dem Gründal, auf dem Chapi, jetzt darf ich nicht drüber laufen, jetzt muss ich wieder nach Hause gehen, tschau mal zusammen. Jawohl, ich wollte hier ein Ticket rausladen. Die Start-Up, das gibt es nur in der unteren Gericht, zwei Stunden gratis. Das muss man auch nicht drauf drücken. Wenn wir drauf drücken. Das funktioniert, kann man! So, dann kann man aber an diesem mal ein bisschen tanzen. So, Tipper 13, zwei Stunden. Genial! Gehen wir in die Idee runter. Was ist der Grisee von Morcorima? Der wohnt hier oben. Und ich gehe jetzt testen, wie feucht ein See ist. Haha! Wir sind ja leckert an Gletscherwaffen. Die tip-top-e Sachen. Und eine coole Sache. Man muss sagen, der See ist feucht! Recht, feucht! Aber ich komme in die Kopf und gehe jetzt noch in die frische Wand, oder? Und wir gehen hoch. Also, macht's gut! Auf Wiedersehen. Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.